Hallo und herzlich willkommen zurück zum Lambda-Kalkül. Ja, was wir zuletzt noch machen müssen, bevor wir wirklich die Typen uns selber herleiten können, ist eine LED-Regel einführen. Denn diese LED-Regel, die ist ziemlich cool und mit der kann man recht viel machen. Also wenn wir jetzt zum Beispiel echten Polymorphismus haben wollen, also Typen, die mehrere Typen sein können, tatsächlich auch dauerhaft, dann müssen wir die Möglichkeit haben, sie mit LED irgendwie zu binden. Und ihr kennt LED vielleicht noch aus, Haskell hat einen ähnlichen Zweck wie Wear. Ja, die LED-Regel sieht so aus, also ich zeige es euch tatsächlich mal hier an der Regel selbst, das habe ich ja die letzten paar Male nicht gemacht, sondern habe euch immer, ja, ich schiebe das noch ein bisschen hier rüber, habe euch immer ein Beispiel gegeben. Ich würde sagen, ihr seid fit dafür, dass ihr das hier ohne Beispiel hinkriegt. Ne, Quatsch, wir machen natürlich noch ein Beispiel, aber zunächst einmal die Regel. Und zwar haben wir hier, sagen wir mal, irgendeinen Typkontext, das wäre dann die 218, glaube ich, war es? Ja, genau. Irgendeinen Typkontext und für diesen Typkontext soll gelten, let, ähm, ja, let irgendeine Variable, ähm, also let, zum Beispiel x und dann gleich Typ 1, also let, äh, nicht Typ 1, sondern let x gleich Expression 1 zum Beispiel, also, äh, e. Okay, also wir sagen, x soll e sein und zwar worin, naja, im folgenden Term, nämlich e2, also f, und f soll vom, äh, vom Typ irgendwas sein. Ähm, sagen wir Alpha, auch Alpha hatte ich nicht, sagen wir Beta. Okay, so, was das jetzt hier für uns bedeutet, ist folgendes, wir haben, ähm, dieses x gebunden in unserem Ausdruck f, also in f kommt irgendwo x vor, also f kann zum Beispiel Lambda x, Punkt, äh, nicht Lambda x, sondern, äh, Lambda y x von y sein, zum Beispiel, ja? Okay, das könnte jetzt hier statt f stehen, warum machen wir das nicht einfach gleich? Ähm, dann brauche ich wieder das Lambda, wo sind die Sonderzeichen? Lambda, ähm, y, Punkt, x, y, so, das ist jetzt unser Ausdruck hier. Okay, dann haben wir tatsächlich doch gleich ein Beispiel und das soll jetzt vom Typ Beta sein. Okay, so, und, ähm, was das jetzt für uns hier bedeutet ist, ähm, ja, diese, ähm, Lett-Regel hier bedeutet einfach, wir müssen wieder splitten, also wie bei der Applikationsregel vom letzten, äh, vorletzten, äh, ein paar Male zuvor, ähm, wir müssen hier wieder splitten. Und zwar sagen wir, okay, unser Typ Kontext, ähm, besagt, nein, das war das Falsche, ja, das wollte ich, ähm, dass der Typ von x, also, äh, der Typ von dieser Expression hier, also von x gleich e, e ist dann halt irgendwas, wie zum Beispiel 0 oder Boolean oder was weiß ich, der muss von einem gewissen Typ sein. Okay. Ähm, sagen wir hier Alpha dazu. Also e hat einen Typ, das ist ja klar, alles hat einen Typ eigentlich. Zumindest sollte das alles haben. Okay. Also, ähm, wir sagen, x wird e zugewiesen und e hat den Typ Alpha. So. Und jetzt sagen wir hier drüben, okay, ähm, wir fügen, ich scrum mal hier grad, ach so, ich kann nicht scrum, ich bin ganz oben. Gut, da muss ich ein bisschen runterrutschen. So. Ähm, der ist aktuell noch leer, ja. So, ähm, wir sagen hier, nichts Spezielles, aber hier sagen wir, wir fügen x hinzu. Also, Komma, x. Und jetzt haben wir hier aber eine Spezial, einen Spezialfall sozusagen. Denn x hat jetzt einen ganz besonderen Typ. Nämlich, äh, warum geht das nicht? Ich würde gern einfügen, aber irgendwie will es nicht. Ja, jetzt geht's. Und zwar für alle, ähm, ja, für alle irgendwas, also für alle, ähm, Alpha, haben wir hier definiert, dieses Alpha, das ist dasselbe. Äh, Alpha muss ich mir wieder aus der Tabelle hier rausziehen. Für alle Alpha, ähm, Punkt Alpha. Ah, ja, Alpha. So. Okay, das bedeutet jetzt für uns hier, ähm, wir sagen, äh, dass, äh, nein, halt, stopp, das stimmt gar nicht. Ähm, wir haben hier nicht unbedingt ein Alpha, wir haben sogar noch was Allgemeineres, wir haben hier ein µ, noch ein dritter Term. Ähm, okay. Also sagen wir hier drin quasi, ähm, µ kann auch nochmal ein Term sein, irgendein Term, in dem höchstwahrscheinlich Alpha vorkommen sollte. Und, ähm, dieses Alpha in diesem Term, also ich würde mal sagen, zum Beispiel Alpha auf Alpha. So, dann kann Alpha auf Alpha, ähm, jetzt brauche ich tatsächlich Alpha mal im Zwischenspeicher, bitte. Okay, sagen wir Alpha, ups, Alpha auf Alpha. So, und dann haben wir hier die Möglichkeit, wir können sagen, diese Sonderzeichen immer, ähm, Alpha auf Alpha ist größer als, also wir können es reduzieren, in, ähm, in Int auf Int. So, wir können es aber auch gleichzeitig reduzieren in Bool auf Bool. Äh, hier soll natürlich der Pfeil sein. Und, ähm, das ist das Coole dran, wir können hier tatsächlich für x jetzt mehrere Typen einsetzen. Also x kann einmal, äh, Int nach Int sein, und einmal kann es Bool nach Bool sein, und einmal kann es von mir aus, keine Ahnung, irgendeinen anderen Typ haben, Char auf Char, zum Beispiel. Ja, und, ähm, dadurch lässt sich dann halt wirklich diese Polymorphie realisieren, und, ähm, ja, man kann einiges damit machen. Okay, wir machen hier einfach mal weiter. Also wir fügen dieses x in unseren Typkontext hinzu. Ähm, ich kopiere deswegen gerade mal hier das Ganze nach oben. Und, ähm, dann sagen wir noch, es muss dann auch noch gelten, dass, ähm, der zweite Term hier, also dieser Lambda-Term, dieses, ähm, das hier, muss vom Typ Beta sein. Das ist ja eigentlich schon klar, das war uns eigentlich auch schon bewusst. Äh, das steht ja hier mehr oder weniger auch. Gut. So, und jetzt können wir eben weitermachen, hier, indem wir sagen, hier kommt nochmal ein Schlussstrich drüber, und, ähm, hier haben wir dann natürlich erstmal eine Abstraktion, wegen dem Lambda-Y, Punkt XY, ähm, das bedeutet, ähm, das bedeutet, äh, hier sagen wir zum Beispiel, ähm, ja, wir nennen das hier, ach so, hier fehlt sowieso noch das x, ähm, x ist vom Typ für alle, Alpha, Mu, ähm, so, jetzt sagen wir hier einfach mal, ähm, 218 Strich, so, ähm, und dafür gilt dann wiederum, ähm, Lambda-Y, Punkt XY, also, ähm, sagen wir hier, wir fügen noch, ups, wir fügen hier noch, weil wir ja eine Abstraktion haben, Y hinzu, denn das ist ja unsere Lambda-gebundene Variable, und Y muss vom Typ, ähm, ähm, was haben wir denn noch nicht, ähm, ach so, ja, jetzt müsste hier natürlich dann, ähm, Gamma, äh, wo habe ich das reingeschrieben, hier habe ich es reingeschrieben, bisschen komisch mit den Zellen, hier müssten wir jetzt natürlich, äh, eine Funktion haben, damit wir überhaupt was machen können mit dem Y, ähm, das bedeutet, wir müssen, äh, hier noch eine neue Variable einfügen, was haben wir denn noch nicht genommen, nehmen wir hier Pi dafür, okay, ähm, so, jetzt ist Y vom Typen, ähm, von dem Linken, also Beta, 225, ähm, und, dann ist der Ausdruck XY vom Typ Pi, 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 hier, so, das hier war jetzt die Abstraktionsregel, und hier kann man dann jetzt wiederum sagen, ein, ah, wir ziehen einen Schlussstrich, und, ähm, das, das spare ich mir jetzt hier wieder hinzuschreiben, also dieses Y ist jetzt einfach vom Typ Beta, und hier haben wir dann wieder eine Applikationsregel, ähm, die besagt hier erstmal auf der linken Seite steht, ähm, in unserem Fall X, also hier steht dann, ähm, ich nenne es einfach mal Strichstrich, ihr könnt euch denken, dass in Strichstrich einfach Y mit, äh, Beta drin steht, ähm, äh, was wollte ich jetzt hier schreiben, genau, ähm, 195, ähm, so, dann ist X vom, ja, der Doppelpunkt muss danach, X vom Typ, äh, ja, jetzt brauche ich noch einen Buchstaben, ähm, nehmen wir doch einfach mal das Eurozeichen, äh, vom Typ Euro nach, äh, was wir hier gegeben haben, also Pi, so, und, ähm, auf der anderen Seite steht, so, und jetzt wisst ihr, warum die hier relativ eng werden, jetzt schiebe ich das hier mal darüber, das ist derselbe Strich hier, äh, bitte ignoriert einfach, dass hier so ein kleiner, Platz dazwischen ist, so, wir brauchen hier halt, wieder eine Verzweigung, wie man es bei der Applikation immer hat, ähm, ja, und jetzt haben wir hier natürlich noch, äh, 218 Strichstrich, ist vom Typ, also, was wir dann hier auf der Seite brauchen, das wisst ihr ja alles eigentlich schon, Y vom Typ, ähm, Euro, äh, Euro, 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 so, okay, und, ähm, dann schauen wir hier quasi einfach mal nach, und hier schauen wir auch nach, so, äh, für Y haben wir jetzt noch nichts gegeben, ähm, für X haben wir, äh, allerdings schon was gegeben, und zwar steht jetzt hier einfach für X drin, für alle Alpha, Punkt, Mu, so, das bedeutet für uns, äh, wir können, also, wir sagen dann einfach, man kann das so, äh, reduzieren, ähm, das steht dann so da, X ist, größer gleich, denn Mu ist ja hier ein total beliebiger Typ, und für alle Alpha, das bedeutet, wir können hier machen, was wir wollen, wirklich, so, und das heißt, wir können hier auch tatsächlich sagen, dass, ähm, X vom Typen Euro nach Pi sein kann, wenn es möchte, so, für Y haben wir ja auch nichts gegeben gehabt, das heißt, der Typ für Y ist auch okay, wenn wir hier einen Euro haben, und, ähm, ja, dann ergibt sich dann der Typ, und dann ergibt sich der Typ, und dann ergibt sich am Schluss der Typ, so, das bedeutet für uns, hier Alpha reduziert sich nach, also in dem Fall hier, Euro nach Mu, und, ja, ähm, was wir hier jetzt natürlich noch sehen, ist, dass hier dieses, ähm, Euro-Zeichen, also, der Typ Euro sollte derselbe Typ sein wie Beta, denn hier haben wir ja, also, das lesen wir jetzt hier raus, ähm, weil wir hier in unserem, äh, in unserem, äh, Gamma-Strich-Strich, haben wir ja Y als, in diesem Schritt hier, als Beta eingefügt, das heißt, hier lesen wir raus, ähm, wenn ich es hinkriege, hier diesen Schlussstrich zu ziehen, guck, passt gerade so, ähm, wir lesen raus, von Y ist gleich Beta, so, und dann kann man das Ganze wieder hier runter zu machen, nämlich, man sagt, ähm, okay, wenn hier Y vom Typ Beta sein muss, dann muss hier auch gelten, dass Euro gleich Beta, und überall, wo Euro ist, muss dann natürlich Euro als Beta umgetauscht werden, das habe ich da reingeschrieben, so, das heißt, wir haben hier überall dieses hässliche Euro-Zeichen weggekriegt, ähm, ja, und dann haben wir hier überall diesen Typ, äh, ja, verbessert, sozusagen, ah, und ich habe hier unten vergessen, äh, das Ganze hier zu ergänzen, ähm, dieses, äh, Pi, wo machen wir das hin, das muss hier her, genau, so, auf Pi muss das noch abgebildet werden, ja, und jetzt ist das Ganze eigentlich relativ korrekt, ähm, wir wissen also auf jeden Fall, dass das richtig typisiert wurde, wenn wir hier irgendeinen variablen Typ, also für, äh, für den Ausdrück hier nehmen, das hat irgendeinen variablen Typ, und bildet auf irgendeinen anderen variablen Typ ab, das können Funktionen sein, das können Integer, Boolean, oder solche anderen, ähm, ähm, Datentypen sein, das können Integer auf Integer auf Integer auf Boolean auf Boolean auf Boolean auf Jar sein, das ist völlig egal, also man kann da wirklich alles reinstopfen, und kriegt dann halt was anderes wieder raus, da kann alles mögliche passieren, gut, ähm, ja, also soviel zu der LED-Regel, das war jetzt ein bisschen chaotisch, weil wir hier keine konkreten Typen hatten, ihr könnt es ja einfach mal durchspielen, und für Beta und Pi einfach mal was Konkretes einsetzen, und dann noch für X und Y, ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns im nächsten Video, bis dann, macht's gut, ciao, ciao,